Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, es wird ein Pferdekauf sein. Und ja, dann legen wir mal los. Laura! Laura! Ja, was ist denn Anne? Also, ich weiß, ich bin jetzt noch nicht so lange hier auf dem Hof. Ich bin ja neu. Ja, das weiß ich. Aber, weißt du, kannst du mich vielleicht wohin fahren? Ja, wohin denn? Zum Reiterhof Rüdental. Äh, ja, den kann ich. Da kann ich dich hinbringen. Oh, super! Was willst du denn da? Ich hab mir eine Fjordpferdstute angeschaut, plus Fohlen. Es wär mega cool, wenn ich sie kaufen könnte. Ja, hast du denn genug Geld? Ähm, ja, sie ist eigentlich, ähm, naja... Ja, ich hab genug Geld. Okay, wann möchtest du denn hin? Ähm, vielleicht in einer Stunde? Okay, dann mach erst mal, ähm, deine Reitbeteiligung, Darling. Putz sie ein wenig und dann kannst du's machen. Oh, super! Danke, Laura! Die hat vielleicht einen Erfn, dass ich sie einfach da hinfahre. Naja. Ich... Naja, sie hat sie auch gefragt. Also, von daher widme ich erst mal nicht meine Arbeit. Nach einer Stunde. Oh, Darling, ich bin so aufgeregt. Ich fahr gleich los zu eventuell meinem neuen Pferd. Aber keine Sorge, dich werde ich nicht vergessen. Tschüss! Jetzt aber schnell los. Los, Laura, fahren wir! Blüder Satteletz, geh schon auf die Mauer. Naja. Hallo, ich bin Maya. Hallo, ich bin Laura. Freut mich, dich kennenzulernen. Und ich bin Anne. Ich finde sie unglaublich schön. Und natürlich auch ihr Fohlen. Das freut mich. Möchtest du sie probereiten? Aber natürlich! Gut, ich dachte schon, dass du das möchtest. Ich habe sie, ähm, naja, schon mal für dich geputzt. Und dein Sattelzeug hast du ja selbst mitgebracht. Ja, ich freu mich schon. Soll ich sie dir satteln? Nein, danke. Ich möchte selbst sehen, wie sie reagiert. Hallo, Süße, äh, 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 hä? Wie heißt sie? Sie heißt Maggie. Alles klar, Süße Maggie. Und wie heißt ihr Fohlen? Ach das, das hat noch keinen Namen. Naja, du kannst es selber benennen. Echt? Wie cool! Hallo, mein Kleiner. Ist er schon kastriert? Nein, noch nicht. Aber, ähm, naja, das musst du dann wohl machen. Ja, aber ich werde mir einen schönen Namen für ihn überlegen. Vielleicht sowas wie Billy Boy oder sowas. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich werde jetzt aber erst mal Maggie satteln. Na, geh schon hoch. Ne. So. Und noch den Bauch kurz zumachen. Oh, blöder Sattel. Jetzt bleib doch mal da. So, das hängen. Oh, es ist runtergefallen. Naja. Komm hier, Halfter. Hier hoch. So. Jetzt hole ich mir noch deine Trenze. Trenze. Na, komm hier. Trenze. Fein machst du das, Maggie. Fein, Maggie. Gut gemacht. Dann werde ich mal aufsteigen. Und hepp. Du bist ja nicht so groß, Maggie-Lein. So, Maggie. Komm. 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 Und back up. Back up. Fein. Back up. Back up. Einmal drehen. Fein. Und einmal Seitenwechsel, damit dir nicht schwindelig wird. Back up. Back up. Back up. Back up. Back up. Und einmal hier lang und Gallop. Fein. Und nochmal andere Hand. Gut gemacht. Feine Maggie. Brrrrt. Kann sie denn auch über Stangen gehen und springen? Aber natürlich kann sie. Warte, ich baue dir ja einen kleinen Sprung auf. Danke, aber ich möchte davor erst mal sehen, ob sie gut über Stangen gehen kann. Okay, der Abstand sollte passen. Na komm. Fein. Na komm, machen wir es nochmal. Fein. Gut gemacht. Und nochmal. Und nochmal. Komm. Fein. Gut gemacht. Und nochmal. Und nochmal. Komm. So. So. Komm. 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 Mit gemacht. Nochmal. Komm. Mal. Mal. Okay. Ich bin nicht so schlimm. gleich erst mal ab. Ja. Und den Preis machen wir dann. Ja. Also. gut. Gut. Jetzt noch das Fohlen. Na komm. Geh mit kleiner. Gut gemacht. Gut gemacht. Ihr zwei. Ciao. So. Das ist eure neue Box. Ich hoffe sie gefällt euch. Und dass wir noch viel Spaß miteinander haben werden. So Leute. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat. Gebt dann auch ein Abo und einen Daumen nach oben. Wenn ihr es cool fandet. Oder wenn ihr andere Ideen für mich hättet. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.